also wir haben schon etwas geschafft aber nur nicht mal alle charakter haben war ja klar weil ich auch jeder weiß warum schätze werden nicht mehr alle schätze ich schätze die schätze müssen aber woanders es ist das eine krone war aber richtig nein das war richtig das gehört dazu ich wollte das mit weg legen weil es mich gestartet aber ist ja richtig gewesen noch was falsch abend dämmerung leider pech was einfach die kanten angeht die werden nicht zusammen auf jeden fall kofi haben wir auch noch drauf na ja wir warten da eh noch mal die jahre passen na ja müssen wir warten ja positiv haben wir auch fast alle werden nicht mehr alle karten aufgaben haben wir auch fast alle abgeschlossen wie man sieht da ist fast überall im kopf dran mini spiele automatisch auf einmal will er nicht mehr so will er nicht mehr liegen nein er will ich darauf vorbereiten dass das eine lange nacht wird ja wir müssen ja durch dann das sagt kommt erst ein anderer live stream aber danach geht es wieder weiter also ist nicht so dass wir dann keine zeit mehr hätten das wird auch eine lange nacht step 1 wir müssen paar formen leveln fangen wir mit den leichtesten formen einfach an heute länger wir müssen noch 672 schläge machen mit der held von hier ja 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 es könnte was erzählt kerry kann ich kann uns ja schon mal vorbereiten was wir so schön dass in den ganzen welt noch zu tun hat jetzt nicht spoilhaftes aber so ein paar aufgaben bevor der leichte endboss kommt müssen wir noch sehr viel machen naja alle prudenteile sammeln alle mini spiele machen alle limit form einmal durchgehen ja materialien sammeln ja materialien sammeln also mindestens fünf streams die wir durchzocken müssen wir brauchen mal einen neuen halb train wo ich kein zug bekomme will den lederzug wieder nein aber aber halb train ohne ohne dass du einen goldenen zug hast sind immer so langweilig das problem ist du spendest halt die meisten willst du hast das aber auch mal raum ja 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 doch kann schon 100 bits spenden damit andere auch darüber kommen bist du deinen goldenen zug los also verbrauchst du eine dritte person die auch spendet 100.000 das ist viel da muss sein er will 100.000 zwei neue design drei oder vier sehen alle einfach ich muss alle eigene zu sein die es auf dieser welt geben könnte probiert haben wir jetzt noch das sieht dass ich sofort wieder arbeit auf die beste ende den hat er guckt immer so böse fangen schon mal an und ein ad eine andere idee habe ich bestimmt ich auch brauche gerät auch welche was denn zum beispiel was schönes könnte könnte wenn ich aber auf 100.000 dieser samensitze und will keiner die ersten 100 sind schon da nur noch 99.900 ich mag wir haben gerade levelzeit wir sind ja gerade ready für alles andere baby du musst aber einmal schnell raus aber vor es los geht nein jetzt jetzt fehlt uns genau das dritte ding weil jetzt mit dem dritten ding hätten wir endlich so was cooles enttäuscht hier hat schon wieder keine so wird immer noch können ja beginnst ich muss vielleicht mal unbedingt einmal die überform benutzen sonst werde ich immer noch zusammen schwarzen ich weiß wenn ich wie man gehen direkt malt aber das dies aussieht könnte man auch gern wiesel sie hat jetzt auf 100 bis gehabt und dort oben da kommen wir arbeiten es gibt keine züge mehr alle züge hinweg auch ich muss raus ich habe da war noch eine halbe sekunde länger weil ich ganz ich hätte noch so 10 millisekunden ja also für level 1 immer muss das level ist abgeschlossen sonst kommt da gar nichts kriegt man nur knucks kann ist letzten bit snow werden sie ausgelutscht ja ich habe keine mehr ich brauche den vormboost hier drin das hat gar nicht gehabt werden viel schneller machen so muss ich er geht aber in drei minuten 40 weg da haben wir haben es geschafft der arme zug geht weg ich würde schaffen für die mode ja dann auch rein ich muss erst mal ein prozent ich war mein gelben zug ja du darfst nichts verspenden also du darfst abs verschenken aber du darfst keine ja alles gibt irgendwie gelben zug das ist ja die idee dahinter gelb ist auch die schöne farbe nene lila ist ausgelutscht einige mengele jetzt machen wir die limit form weil wir gerade schon mehr sind ich sehe nicht gerade und das ist dann auch also du darfst einfach dich zurücklegen oh ja 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 Ja, Tee, wenn das so einfach wäre. Schick mir dein Konto dann, ich will ich gauzen. Ja, das ist einfach. Nein, Spaß. Dann müssen wir jetzt durch. Tee hat immer Bits auf seinem Konto. Immer. Brauchst du nicht fragen. Der hat immer Bits. Das ist es. Give me strength. Ja, ja, it's over. Siehst du? Ich wusste. Der hat immer genug. Naja, den Zug kann man doch abwählen, oder nicht? Also ich meine, du hast doch jetzt auch ein Bits Zeichen da. Das ist doch nicht so, als wäre der Zug dann. Also würde er einen stören. Ja. Wenn der eklig ist, gibt doch genug icons. Eigentlich nicht. Also er müsste eigentlich genug haben, die ganzen Bit-Dinger, die Sub-Dinger. Er will den nie dazu. Ach so. Oh, ja gut, den kriegt man nur. Wenn man nicht mitmacht. Den kriegst du in 15 Sekunden. Give me strength. Ja, ja, take this. Right. Ja, yeah, this is it. Give me strength. Back off. Oh, ich hätte rausgehen müssen. Ja. Ich bin halt ehrlich. Ja. Jetzt hast Du nie dazu. Kann man den nicht aufnehmen? Kann man den nicht aufnehmen? Ja. Es ist over. Ja. Ja. da kann man ja einfach aus dem mann ich habe keine ahnung also ich meine ich weiß nicht ob man gold hat dachte ich vielleicht ja